Wir sind frei! Leichenhäcksler! Da läuft noch einer rum, den ich ausspionieren kann. Doch ganz schön weit weg. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Da kommt schon wieder ein neuer! Das ist gar nicht so einfach das in der nötigen Zeit zu machen. Ist egal, irgendjemanden. Der waghalsige Sosa. Der waghalsige Sosa. Na, da kann ich nicht rauf. Hab bemerkt, wie vielen Kriegern die Angst in die Augen kriegt, wenn sie diese alten Ruinen sehen. Dort passieren schlimme Dinge. Bleibt besser weg da! Aber da darf ich rauf. Was ist das denn? Der waghalsige Sosa. Der Höhling so lügt! Ein Karakor kann man nicht kennen. Ich hab dich in die Kämpfe kassenziert und dich gefragt, was du da tust. Dieser Bestie hätte mir fast meine Arme ausgerissen. Zum Glück hatte ich mein Schwert in meinen Freitag. Zum Glück hatte ich mein Schwert in meinen Freitag. Stehen bleiben! Ich bin ein Karakor. Was hier war es da? Die Menschen waren wieder mit einem Brandeismaß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wo sind die Karagors? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich war noch nie so bereit, es mit dem Grabwandler aufzugehen. Ich sag ihm Bescheid, wenn ich ihn sehe, direkt bevor ich ihn zweiteile. Den geht beiden irgendwie noch viel zu gut. Was ist das seine? Den geht's auch zu gut. Den geht's irgendwie allen gut. Ach, dass der Hauptmann da rumläuft, das gefällt mir nicht. Vielleicht denkt das die ein bisschen ab. Wollt ihr nicht gucken, was da passieren ist? Noch ein paar Karagors. Noch ein paar Karagors. Das ist da eigentlich nur noch der da, und der ist eine Ebene unter mir. Da muss ich aber runter. Jetzt hat er mich gesehen. Da ist es. Oh, mehr wollte ich da gar nicht. Hier, nimm das. Ich möchte, dass ständig jemand der Königin nahe lässt. Ich fürchte, dass er sich etwas antun könnte. Jetzt. Oder, was geschieht mit dir? Ist diese Glaube der Preiswert, den du bezahlst? Das Ende, der du glaubst, ist jeden Preiswert. Das ist der Geister Nurnens. So, so. So, so. Schau, wing, wing, wing. Das Land ist prächtig und grün, doch eine Schwäche hält ihm an. Diese Gewässer sind bitter, und die Kreaturen darin sind unrein. Aber sie werden Saumanns Kriegsmaschinerie versorgen. Du machst gar nichts. Wer war das hier in der Nähe? Der Leifer, ne. Nein. Ah, sind sie bereits bekannt. War uns bekannt? War uns bekannt? Der Unbewegte könnten wir machen. Schildmeister. War es der? Oder? Ich mach mal den hier. Na, will er nicht hoch. Ja, du da. Ja, du. Mit diesem traurigen, hausinnigen Fickel in deinen Augen. Wirst du heulen? Hm? Ich geb dir mein Wasserbrunnen. Oh, ein schwechlicher Feuerangriff des Grabwanderers bringt mich nicht zur Strecke. Ich glaub, das reicht sowieso nicht dafür, oder? Nein, ich könnte ihn hier aufdecken. Der Schändliche. ja jetzt kommen sie aber alle hop hop on my way so denn kleines fässchen hier na es macht nicht viel na ja eigentlich wollen wir es ist da neu hier schlug nach dem unbefangenen unfangbaren bei den versuch gefolgsleute zu rekrutieren stärke so deine streitkräfte so So, der steht... hm? Hm? Komm mit mir! Und wir schlagen den Parkant frei! Dir folgen? Du bist erbärmlich! Stimm den Parkant frei! Warte, du bist der Arm! Das ist die Terror, du bist der Arm! Wir schlagen den Parkant frei! Äh, wir schlagen den Parkant frei! Den haben wir eh nicht leiden können. Unsere Schwerter gehören dir. Und du musst mir den Rücken bereiten. Das wäre ein Hens. Das ist der Schwerter. Ja, weiter geht. Der stinkende Feigling ist weggerannt. Lugena. Kackgassen in Anführer. Egal, du fallst jetzt mehr. Ich wurde von dir gebraucht. Erleicht die Klappe. Erleicht die Klappe. Erleicht die Klappe. Damit ist der Häuptling noch nicht gebrannt. Erleicht die Klappe. Erleicht die Klappe. Erleicht die Klappe. Erleicht die Klappe. Der hat eine Verbindung zu dem. Erleicht die Klappe. 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 Okay, nochmal. Erleicht die Klappe 1. einen Mock um Hilfe rufen. Zeug. Zeug. Ich habe mich immer noch nicht ganz gerafft. Also. Und hättest ein anderes? Greif den Unterstützern und lass ihn Mock um Hilfe rufen. Immer noch. Falle über die Unterstützer von, um sie hervorzulocken. Ich komme nicht so, ich komme nicht mit klar. Also. Unterstützer. Ist einmal der hier. Stelle sicher, dass dein Gebrandmarkter Herbmann seinen Herrn besiegt. Ja, wo ist er denn? Da ganz komme ich nicht mit. Was ist hier noch? Ist da noch was drunter? Oder? Ne. Was ist das hier? Hilf. Flak Gruben Kemper bei seiner Machtprobe und verteidige deinen Gefolgsmann. Okay. Okay. Mehr steht aber auch nicht, ne? Ja. Ja. Ja, ja. Das war's, ja. Ja. Ja, das war's. Ja. Nein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist denn seine Mundprobe? Jetzt habe ich schon zwei, drei, die den... Okay, also was muss ich jetzt machen? Wie ist es? Zurück an die Arbeit! Wir mochten sowieso niemand! Die Anführerin dieser geflohenen Sklaven muss als erstes sterben! Sie wird langsam zu mächtig! Sie sind nicht! Untertitelung des ZDF, 2020